Als Illustrator und Cartoonist braucht man neben Talent und Leidenschaft auch einen gewissen Sinn für Design und obendrein jede Menge Inspiration. Doch wo findet man das alles? Auf der Suche nach Antworten haben wir von Weitwinkel den Zeichner Djegorj Konowski alias Giraffe Enough getroffen. Als ich klein war, mein Bruder und ich, über die Cartoon Network und wir wussten nicht, was es war. Und als wir es auf, es waren alle Cartoonien, alle Zeit. Ich habe sie gesehen und habe mich in Liebe mit den Cartoonien und dann dachte ich, vielleicht kann ich selbst probieren. Also, die alten Video-Games inspirierten mich, wie die Early NES-Games. Ich wollte meine eigenen Spiele, meine eigenen Comics, meine eigenen Animationen. Ich war wirklich inspiriert von Dzenity Tarkowski. Ich hoffe, ich spreche es richtig. Der Kreator von Dexter's Laboratory, der mich sehr inspiriert hat. Mit seinen sehr dynamischen Bildern, all diese Facial-Expressions. Er hat tatsächlich gearbeitet in Hotel Transylvania. Also, ja, ich war inspiriert von Dad, natürlich Bugs Bunny, Daffy Duck. Also, Early-Cartoons wie Warner Brothers, Tex Avery, ja. Also, einfach den ganzen Tag Cartoons gucken und dann kann man so zeichnen wie du oder steckt da noch mehr dahinter? YouTube war ein großer Teil davon. So, wenn ich karten von Menschen, die nur auf YouTube kreieren, so sie sind wie ein kleines Studio. Ich dachte, ich kann das tun. So, ich habe ein Grafik-Tablet und ein Mikrofon. Und ich versuche, meine eigenen Geschichten, meine Geschichten, meine Geschichten, meine Geschichten, meine Geschichten, meine Geschichten zu visualisieren, die ich in meinem Kopf habe. Basically, was ich gemacht habe, um meine Geschichten zu perfektieren, war, zu sehen, andere Artisten. Ich war ein paar Tutorials. Ich immer noch machen. Tutorials über Human Anatomy, über die Hand, die ich immer noch Probleme habe, weil sie sehr organisch sind. Ja, so, mostly Tutorials und mit anderen Kartensten. Und ich habe angefangen, meine Geschichten zu machen, meistens über was passiert in meinem Leben. Wenn etwas lustiges passiert, habe ich versucht, eine kurze Animation darüber zu machen. Oder was etwas interessiert mich, oder was etwas interessiert, oder ich hörte ein Stück von Musik, das war lustig, und ich dachte, ich werde ein Musikvideos machen. Frob gesagt, besteht der eigene Stil ja zumeist aus der persönlichen Interpretation verschiedener Einflüsse aus allen möglichen Bereichen des Lebens. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Well, I usually create cartoons and cartoon characters. I try to make them, you know, funny. So, it's not like, I like to draw people, but it's not caricatures like in the standard way of caricatures, so they're not like with giant faces, big noses and ears and whatever. It's more like trying to cartoonify people, so making them more, you know, like a cartoon. Yeah, but mostly my style is very optimistic, positive. Unser Modell Pascal würde auch locker als Cartoon-Figur durchgehen. Was meint ihr? Wir finden's klasse. Zum Schluss hat Djegorj uns noch verraten, an welchem Projekt er im Moment arbeitet. I'm right now finishing animations I also make for Bennohaus, which is about helping seniors with creating media, creating their magazine and the rules they should follow. So, there is an off-text that I have, and I try to visualize what is being said. And it's a lot of fun because I think people like it, and I'm glad that it's going to help a bigger cause, like it's going to be used to train other people. That's exciting. when we're here to actually have the управDIO in Batoli to ups. It should autos happen. but you can do that only if we want to collect the MIC so it's going to be used to play it. It's going to be used to be used to be used for theoud of the Scientists, 're going to keep their players so quick. Thebaj 일부 job is going to be used for the rats. we bought Martin Staffewum from the Army at Gambians to 경우, and we're going to be used to Central viaisen Animals, and N sind섯一次, which cherchecker to their followers from nature? Vielen Dank.